Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minekraft. Ja, jetzt kommt die Auflösung. Was das wohl wird? Ich bin umsonst runtergesprungen, merke ich gerade. Bin mal gespannt, wer das in der vorherigen Folge richtig getippt hat. Da bin ich echt mal gespannt. Wenn überhaupt jemand geschrieben hat in den Kommentaren, Lul, weiß ich nämlich noch nicht. Ei, 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 fängt ja schon gut an. Jetzt aber. Es wird doch Nacht, Mann. So. Ah, die Farm, die wächst extrem schnell. Okay. 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 Genau. Okay. Okay. Das war's. ja ich hätte da lieber ja 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 Ja. 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 Ja, wie es weitergeht, erfahrt ihr erst wieder in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.